Die 1%-Methode James Clear Minimale Veränderung, maximale Wirkung Einleitung Was drin ist für dich? Kleine Gewohnheiten für große Erfolge Frage Was in deinem Leben würdest du gern zum Positiven verändern? Willst du vielleicht gesünder essen? Mehr Bücher lesen Eine neue Sprache lernen oder Gitarre lernen? Die Möglichkeiten für Veränderungen sind schier unendlich Aber wenn es wirklich ans Eingemachte geht mit der Veränderung, ist das dann doch leichter gesagt als getan Einfach nur mehr Salat essen wollen, heißt nicht automatisch, dass du es auch machst Dir vorzunehmen, dass du mehr Bücher lesen willst, bedeutet nicht zwangsläufig, dass du nach einem stressigen Arbeitstag zur Entspannung Krieg und Frieden aufschlägst, anstatt den Abend mit Netflix zu verbringen Und nur weil du heute sagst, dass du Drehbuchautor werden willst, heißt das nicht, dass du morgen als der neue Billy Wilder, Aaron Sorkin oder Quentin Tarantino aufwachst Du erfährst, dass der Schlüssel zu großen Veränderungen im Leben nicht in monumentalen Umwälzungen liegt Du musst nicht gleich dein gesamtes Verhalten umkrempeln oder dich komplett neu erfinden Ganz im Gegenteil, wir werden sehen, wie aus winzigen Verhaltensänderungen, wenn du sie kontinuierlich wiederholst, mit der Zeit bleibende positive Gewohnheiten werden Kernaussage 1 Das eine Prozentunterschied Für den entspannten Einstieg starten wir mit einem kleinen Gedankenspiel Stell dir vor, ein Flugzeug startet in Los Angeles in Richtung New York Der Pilot gibt alle Informationen korrekt in den Bordcomputer ein, das Flugzeug hebt ab und los geht die Reise zum Big Apple Und jetzt stell dir vor, der Pilot ändert den Kurs versehentlich kurz nach dem Start Nur um winzige 3,5 Grad Die Nase der Maschine dreht um weniger als einen Meter ab Und niemand, weder die Passagiere noch der Pilot selbst, bemerkt den Kurswechsel Trotzdem macht sich das winzige Manöver über den langen Flug dann doch bemerkbar Am Ende der Reise landen die verwirrten Fluggäste samt ihrem ebenso verwirrten Piloten nicht etwa in New York City, sondern in Washington, D.C. Und was hat das nun mit Gewohnheiten zu tun? Die kleine Geschichte soll verdeutlichen, dass wir, genau wie der irritierte Pilot, die Wirkung kleiner Veränderungen in unserem Leben nicht sofort bemerken Wenn du dich heute schlapp und unsportlich fühlst und aus einer Mischung aus Frust und Übermotivation heraus 20 Minuten joggen gehst, bist du morgen auch noch nicht fitter Dasselbe Prinzip funktioniert auch umgekehrt Wenn du heute vorm Schlafengehen eine deftige Familienpizza mit Extra-Käse verdrückst, wirst du nicht über Nacht übergewichtig Wenn du diese kleinen Verhaltensweisen allerdings täglich wiederholst, haben sie schlussendlich doch große Auswirkungen Wenn du täglich eine Jumbo-Pizza isst, nimmst du vermutlich im Laufe eines Jahres zu Und wenn du täglich 20 Minuten joggst, fühlst du dich schon nach wenigen Wochen um einiges fitter, obwohl du den Wandel währenddessen nicht bemerkst Du erkennst also bereits, es sind die kleinen Gewohnheiten, die minimalen Veränderungen des Lebens, die auf Dauer große Wirkung entfalten Es geht um das tägliche 1%, durch das du im Laufe der Zeit deine anvisierten 100% erreichst Natürlich kann es erstmal demotivierend sein, wenn du keine unmittelbaren Resultate in Echtzeit siehst Falls du solche Entmutigungen auch kennst, kommt hier ein Tipp für dich Konzentriere dich nicht verbissen auf das Resultat, sondern auf deinen eingeschlagenen Kurs, um bei der Flugzeugmetapher zu bleiben Nehmen wir an, du willst sparen Du legst jeden Monat etwas Geld zur Seite, checkst aber dreimal täglich frustriert deinen Kontostand Kein Wunder, dass du am Erfolg deines Verhaltens zweifelst Es bringt nichts, krampfhaft auf direkte Ergebnisse zu schielen Konzentriere dich stattdessen auf dein Langzeitziel und hab Vertrauen, dass du auf dem richtigen Kurs bist Wenn du weiterhin monatlich sparst, wird früher oder später eine beträchtliche Summe zusammenkommen Und wie findest du den richtigen Kurs? Ganz einfach, du brauchst die richtigen Gewohnheiten Kernaussage 2 Automatisierte Verhaltensmuster Wenn du einen dunklen Raum betrittst, überlegst du nicht erst lange, was zu tun ist Deine Hand tastet instinktiv nach dem Lichtschalter Das Licht anschalten ist eine Gewohnheit Es ist eine Handlung, die du schon so oft wiederholt hast, dass sie automatisch abläuft Gewohnheiten durchziehen unseren Alltag Zähneputzen ist Gewohnheit Fahrradfahren Gewohnheit Das Handy herausholen, sobald man eine Minute warten muss Gewohnheit Gewohnheiten, wohin man auch blickt Nur fragt man sich, wie entstehen die eigentlich? Der US-Psychologe Edward Thorndike hat Ende des 19. Jahrhunderts eine berühmte Versuchsreihe entwickelt, um diese Frage zu beantworten Vorweg eine Entschuldigung an alle Katzenfreunde, seine Experimente waren nicht sehr angenehm für seine vierbeinigen Probanden Sein Experiment zum Entstehen von Gewohnheiten sah folgendermaßen aus Thorndike setzte ein paar Katzen in einen Problemkäfig, in Form einer Kiste mit Holzstäben Die Probleme, die Thorndike allein mit diesem ersten Schritt gehabt haben muss, kann sich wohl jeder Katzenbesitzer ausmalen Die Käfige waren so konstruiert, dass sich die Tiere relativ einfach selbst befreien konnten Sie mussten dafür nur an einer Schnur ziehen oder gegen einen Hebel drücken Jetzt stoppte Thorndike die Zeit, die die Katzen brauchten, um zu entkommen Die meisten verhielten sich genauso, wie man es von einer Katze in einer Holzkiste erwarten würde Sie versuchten sofort zu fliehen Sie schnupperten und kratzten an den Wänden Irgendwann fand jede Katze den Hebel und der Käfig öffnete sich Doch kaum hatten die erfolgreichen Ausreißer den süßen Duft der Freiheit gekostet Wurden sie prompt wieder zurück in den Käfig gesperrt und das Experiment ging von vorn los Bereits nach ein paar Durchläufen hatte jede Katze den Trick gelernt Anstatt eine Minute oder länger wahllos herumzumanövrieren, gingen sie schnurstracks zum Hebel oder der Schnur Und nach 20 bis 30 Versuchen brauchten die mittlerweile ziemlich genervten Katzen im Schnitt nur noch 6 Sekunden Man könnte auch sagen, dass es für sie zur Gewohnheit geworden war, aus der Kiste auszubrechen Durch sein Experiment erkannte Thorndike etwas Entscheidendes Ein Verhalten, das mit einem positiven Ergebnis belohnt wird In diesem Fall der Freiheit, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit so oft wiederholt, bis es irgendwann automatisiert ist Und was für Katzen gilt, gilt auch für uns Menschen Wir stolpern über befriedigende Lösungen für alltägliche Herausforderungen und verfestigen sie durch Wiederholung zu Gewohnheiten Seit Thorndikes Experiment hat die Wissenschaft allerdings noch weitaus mehr über Gewohnheiten herausbekommen Etwa dass sie aus vier Elementen bestehen Eine Gewohnheit beginnt mit einem Auslöser, also einem spezifischen Reiz Wenn du einen dunklen Raum betrittst, löst dies das Verlangen aus, etwas zu verändern Du willst etwas sehen Es folgt die sogenannte Antwort, das heißt eine konkrete Reaktion, in diesem Fall das Betätigen des Lichtschalters Der letzte Schritt ist das eigentliche Ziel der Gewohnheit, die Belohnung In unserem Beispiel ist es die Erleichterung, nicht mehr im Dunkeln tappen zu müssen Dieses Schema kannst du ausnahmslos auf jede Gewohnheit anwenden Das Paradebeispiel ist für viele der allmorgendliche Kaffee Das Aufwachen ist der Auslöser, der ein Verlangen triggert Du willst dich munterer fühlen und fit für den Tag Die Antwort lautet, auf zur Kaffeemaschine All das tust du in der sehnlichen Erwartung deiner Belohnung Dem wohltünden Gefühl, es nun mit der Welt da draußen aufnehmen zu können Nun hast du eine Vorstellung davon, wie Gewohnheiten funktionieren Als nächstes müssen wir uns nur noch anschauen, wie du gute Gewohnheiten entwickeln kannst, die dein Leben verbessern Kernaussage 3 Offensichtliche Auslöser und konkrete Umsetzungspläne In diesem Blink geht es darum, wie du offensichtliche Auslöser und konkrete Pläne nutzen kannst, um gute neue Gewohnheiten zu etablieren Aber vorher noch einmal eine kurze Wiederholung der vier Bestandteile einer Gewohnheit Erstens der Auslöser, der Trigger, der dich zum Handeln animiert Zweitens das Verlangen, das, was du verändern möchtest Drittens die Antwort in Form einer konkreten Handlung Und schlussendlich die Belohnung, das positive Gefühl, das auf das Ausführen der Gewohnheit folgt Jetzt, wo du weißt, wie Gewohnheiten ablaufen, hast du die perfekte Basis, um dir Dinge anzugewöhnen, die dir gut tun und dein Verhalten im positiven Sinne beeinflussen Nehmen wir an, du möchtest gern ein Drehbuch oder einen Roman schreiben Du hast auch schon eine richtig coole Idee, sagen wir, es soll ein veganer Eszifisriller über Kühe im Weltraum werden Du weißt sogar schon ungefähr, wie du die Geschichte aufbauen willst und hast ein paar Charaktere im Kopf Nur die Sache mit dem regelmäßigen Schreiben will noch nicht so ganz hinhauen Jeden Morgen nimmst du dir fest vor, im Laufe des Tages an deinem Skript zu arbeiten Aber irgendwie rasen die Stunden vorbei und am Ende des Tages hast du dein Schreibprogramm noch nicht einmal geöffnet Aber inzwischen wissen wir ja, dass jede Gewohnheit einen Auslöser braucht Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass der Auslöser unübersehbar sein muss Platziere deinen Notizblock an prominenter Stelle auf deinem Schreibtisch und dein Story-Skript mitten auf deinem Desktop Nicht irgendwo versteckt in einem Unterordner Je sichtbarer und offensichtlicher der Auslöser ist, desto wahrscheinlicher wirst du darauf reagieren Genauso ist es bei neuen Essgewohnheiten Sagen wir, du willst auf gesunde Zwischenmahlzeiten umstellen Dann leg das Obst auf den Tisch statt ins Gemüsefach, sodass du schon beim Vorbeilaufen Lust auf einen saftigen Apfel bekommst Und wenn du deine positiven Umweltreize noch gezielter einsetzen willst, dann kannst du sogenannte Implementation Intentions nutzen Grob übersetzt heißt das in etwa Umsetzungsabsichten Die Idee dahinter ist, dass du die Mittel und Wege zur Umsetzung deines Vorhabens so konkret wie möglich definierst Meistens sind wir da viel zu vage und nehmen uns so etwas vor wie Ich möchte mich gesünder ernähren oder ich will ein Drehbuch schreiben Tja, und dann hoffen wir einfach, dass wir die Ziele schon irgendwie umsetzen werden Klappt nur leider eher selten Mit einer Implementation Intention gehst du über vage Zielsetzungen hinaus und legst genau fest Wann, wo und wie du deine Gewohnheit etablieren willst Anstatt dir vorzunehmen, öfter laufen zu gehen, oder wie in dem Drehbuchbeispiel, diese Woche mal ein bisschen zu schreiben Sag dir, montags, mittwochs und freitags laufe ich mindestens drei Kilometer oder ich schreibe an jedem Wochentag noch vor dem Frühstück mindestens eine Stunde Und vergiss nicht deinen Notizblock oder deine Laufschuhe mitten im Raum Vielleicht denkst du dir jetzt, klingt ja alles plausibel, aber funktioniert das wirklich? Kann ich einfach mein Zimmer etwas umräumen und dadurch gute Gewohnheiten etablieren? Eine überzeugende Antwort liefert die Bostoner Ärztin in Zorndijk mit ihrer Forschung Dr. Anne Zorndijk wollte ihre Patienten jedenfalls dabei unterstützen, ihre Essgewohnheiten zu verbessern Aber sie wusste, dass es schwer ist, sich bewusst für eine gesündere Ernährung zu entscheiden und auch dabei zu bleiben Also überlegte sie sich ein Experiment, für das sie das Angebot der Krankenhauscafeteria umgestaltete Bis dato hatte die Getränkeauswahl in den Kühlschränken und an der Kasse aus Limonade bestanden Die nun durch stilles Wasser ausgetauscht wurde Zusätzlich wurden Körbe mit Wasserflaschen in der Cafeteria verteilt Dann beobachteten Zorndijk und ihr Team, was passierte Tatsächlich ging der Verkauf von Limonade in den folgenden drei Monaten um 11% zurück Während der von Wasser um 25% stieg Die Patienten trafen gesündere Entscheidungen, weil Dr. Zorndijk sehr sichtbar in der gesamten Cafeteria Auslöser positioniert hatte Mit anderen Worten, das Forscherteam konnte den Leuten helfen, eine bessere Gewohnheit anzunehmen, ohne dass diese sich bewusst dafür entscheiden mussten Ein klarer Beweis dafür, dass eine veränderte Umgebung zu besseren Gewohnheiten führen kann Kernaussage 4 Attraktive Gewohnheiten Nach den Auslösern kommen wir als nächstes zum spaßigsten Aspekt der Gewohnheiten, dem Belohnungsteil Beginnen müssen wir diesen eigentlich schönen Part allerdings mit einem ziemlich traurigen Experiment 1954 veröffentlichten die Neurowissenschaftler James Owls und Peter Mirner erstaunliche Ergebnisse zur Neurologie der Lustempfindung Sie hatten die Köpfe von Ratten für ein Experiment mit Elektroden bestückt, um den Neurotransmitter Dopamin zu blocken Daraufhin verloren die Ratten jeglichen Lebenswillen Ohne das Dopamin hörten sie auf, zu essen, zu trinken und sich zu vermehren, bis sie schließlich ein paar Tage später alle an Dehydrierung starben Das Experiment zeigt deutlich, Dopamin, im Volksmund auch Glückshormon genannt, ist also ein starker Motivator Das menschliche Gehirn schüttet Dopamin vor allem dann aus, wenn wir Dinge erleben, die wichtig für unser Überleben sind, wie ein leckeres Essen, ein Getränk oder Sex Danach fühlen wir uns gut, und das motiviert uns, diese Handlung wieder und wieder auszuführen Was das mit Gewohnheiten zu tun hat? Der Klo an der Sache ist, wir spüren die Glücksgefühle auch dann, wenn wir nur an diese angenehmen Aktivitäten denken Schon allein der emotionale Vorgeschmack auf späteren Genuss kurbelt die Dopaminproduktion an Das heißt, unser neuronales Belohnungssystem unterscheidet nicht zwischen Verlangen und Erfüllung Diese Erkenntnis lässt sich wunderbar nutzen, denn wenn du eine Gewohnheit mit positiven Erwartungen verknüpfst, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass du sie langfristig beibehältst Hier kommt eine psychologische Technik namens Bedürfniskombination ins Spiel Bedürfniskombination findet statt, wenn du eine wenig attraktiv erscheinende Gewohnheit, die du dir gern antrainieren möchtest, mit einer angenehmen Handlung verknüpfst Die Vorfreude darauf erzeugt Dopamin, das dich dann praktischerweise zu deiner neuen Gewohnheit motiviert Illustrieren wir das Ganze anhand der Geschichte des irischen Informatikstudenten Vernon Byrne Der gute Mann wusste, dass er mehr Sport treiben sollte, hatte aber keinen Spaß daran Doch etwas anderes machte ihm sehr wohl Spaß, nämlich Netflix schauen Ronans glorreiche Idee, er modifizierte einen alten Heimtrainer, indem er das Fahrrad an seinen Laptop koppelte Er schrieb ein Programm, das das Streamen von Netflix nur dann zuließ, wenn er eine bestimmte Geschwindigkeit mit dem Fitnessgerät erreichte Er verknüpfte das lästige Sport treiben mit dem angenehmen Netflixen Keine Sorge, du musst jetzt nicht zum Tüftler werden, um diese Strategie zu nutzen Es gibt auch einfachere Wege Wenn du mehr Sport treiben willst, aber eigentlich lieber Promi-Magazin liest, dann verpflichte dich, die Zeitschriften nur noch im Fitnessstudio auf dem Laufband zu lesen Oder, um noch einmal auf das Drehbuchschreiben zurückzukommen Falls du gern Kuchen isst, könntest du dir einen Abstecher in die Konditorei nebenan als Belohnung in Aussicht stellen, sobald du eine Szene fertig geschrieben hast Also, versüße dir unliebsame Aufgaben mit der Vorfreude auf etwas Tolles, und schon kannst du auf der nächsten Dopaminwelle zu deinen gewünschten Gewohnheiten reiten Kernaussage 5 Wie mach ich es einfach? Sich Gewohnheiten angenehm zu gestalten, kann also nicht schaden Aber es hilft auch ungemein, wenn sie noch dazu einfach sind Unser Leben wird bestimmt von einfachen Verhaltensmustern Ziellos durchs Netz zu surfen ist einfach Oder eine Tüte Kartoffelchips auf dem Sofa leeren Easy 100 Liegestütze machen oder Mandarinen lernen Das genaue Gegenteil von einfach, nämlich ziemlich anstrengend und aufwendig Unsere Vorfreude und Motivation, solche Handlungen dauerhaft in unseren Alltag zu integrieren, hält sich da eher in Grenzen Um gewünschtes Verhalten einfacher in den Alltag zu integrieren, machst du am besten eine Gewohnheit daraus Und das klappt am besten, indem du den Aufwand reduzierst Dazu eine Anekdote des Autors James Clear Trotz guter Vorsätze schafft er es nie, Großkarten zu versenden Seine Frau dagegen ist in dieser Hinsicht zuverlässiger als eine Postbotin Was ihr Geheimnis ist? Sie hat eine Kiste mit Glückwunschkarten, die nach Anlässen sortiert sind Ob Hochzeit, Geburtstag oder ein Neugeborenes, sie hat die passende Karte parat Dadurch spart sie sich die Anstrengung, immer erst eine neue Karte kaufen zu müssen Und braucht sich bloß noch ein paar nette Worte überlegen Mit der Anstrengung kannst du den Spieß auch umdrehen Wenn du dir eine schlechte Gewohnheit abgewöhnen willst, kannst du einfach die Anstrengung erhöhen Sagen wir mal, du willst weniger Zeit vor dem Fernseher verbringen Dann zieh den Stecker raus und verstecke die Batterien der Fernbedienung Bei so viel Aufwand wirst du wirklich nur dann fernsehen, wenn du es wirklich unbedingt willst, nicht aus Gewohnheit So viel zum Faktor Anstrengung, kommen wir nun zur Vereinfachung Hier hilft die sogenannte Zwei-Minuten-Regel Durch sie wird dein Vorsatz überschaubar Die Zwei-Minuten-Regel basiert auf der Idee, dass sich alle Gewohnheiten in kleine Einheiten zerlegen lassen Also in zwei Minuten Das können auch mal zweieinhalb oder vier sein, Hauptsache kurz Wenn du zum Beispiel mehr Bücher lesen willst, dann nimm dir nicht gleich vor, in einer Woche einen tausendseitigen Wälzer durchzuackern Das frustriert nur Lies stattdessen jeden Abend erst mal zwei Seiten Oder wenn du irgendwann einen Marathon laufen willst, gewöhne dir zunächst nur an, täglich nach Feierabend in deine Laufsachen zu schlüpfen Selbst, wenn du am Ende gar nicht vor die Tür gehst Diese kleinen Handlungen lassen sich einfach in Gewohnheiten verwandeln Jede dieser Gewohnheiten ist ein kleiner Türöffner Wenn du deine Laufklamotten schon anhast, kannst du auch gleich eine Runde laufen gehen Wenn du zwei Seiten gelesen hast, willst du vielleicht herausfinden, wie die Geschichte weitergeht Der Trick besteht also darin, einfach anzufangen Der Anfang ist der erste Schritt in die richtige Richtung Kernaussage 6 Unmittelbare kleine Belohnungen Jetzt kommen wir auch schon fast zum Endspurt Doch vorher noch eine letzte Regel, um gute Gewohnheiten in dein Leben zu bringen Dazu eine kleine Geschichte Es ist die Geschichte des überaus erfolgreichen Gesundheitsforschers Stephen Luby Luby arbeitete in den 1990er Jahren in einem Viertel der pakistanischen Großstadt Karachi Er schaffte es, die Zahl der Durchfallerkrankungen bei Kindern um 52% zu senken Außerdem verringerte er die Zahl der Lungenentzündungen um 48% und die von Hautinfektionen um 35% Also, was war Lubys Geheimwaffe? Die Antwort lautet, Luxusseife Lubys große Leistungen auf dem Gesundheitssektor waren das Resultat von richtig toller Seife Luby wusste logischerweise, dass Händewaschen und andere Hygienestandards der Schlüssel zur Krankheitsbekämpfung waren Auch die örtliche Bevölkerung wusste das Nur verwandelte sie dieses Wissen nicht in entsprechende Gewohnheiten Das änderte sich, als sich Luby mit dem US-Körperpflegekonzern Porcter & Gambo zusammentat Um hochwertige Seife kostenlos zu verteilen Die Aktion machte das Händewaschen über Nacht zu einem befriedigenden Erlebnis, bei dem die Seife so richtig schön aufschäumt Von jetzt auf gleich wuschen sich die Menschen ständig ihre Hände Steven Lubys Seifengeschichte illustriert das vierte und letzte Gesetz für nachhaltige Verhaltensänderung Gewohnheiten müssen befriedigend sein Dass das nicht selbstverständlich ist, hat evolutionäre Gründe Wir leben in einer Welt, die Wissenschaftler als sogenanntes Delete-Return-System bezeichnen Unsere Handlungen führen nur selten zu konkreten, unmittelbaren Ergebnissen Du arbeitest heute, die Bezahlung kommt aber erst am Monatsende Du gehst heute ins Fitnessstudio, wiegst deshalb aber morgen nicht gleich 5 Kilo weniger Leider hat sich unser neuronales Belohnungssystem im Immediate-Return-System entwickelt Bei unseren frühmenschlichen Vorfahren, die sich noch nicht um Altersvorsorge oder Lokab-Ernährungspläne sorgten Der Fokus unserer Vorfahren waren unmittelbare Angelegenheiten Wie komme ich an etwas zu essen? Wo kann ich schlafen? Und wo werde ich nicht direkt von einem wilden Tier angefallen? Heute begünstigt diese neuronale Kurzsicht schlechte Gewohnheiten Rauchen könnte in 20 Jahren Lungenkrebs verursachen, aber hier und jetzt beruhigt es die Nerven Also ignoriert man die Langzeitwirkung und genießt den Nikotinkick Tja, und wie lösen wir dieses Problem? Ein Weg ist, Gewohnheiten, die nicht sofort zu angenehmen Ergebnissen führen Auf andere Weise mit einer unmittelbaren Befriedigung zu verknüpfen Der Autor kennt zum Beispiel ein Paar, das gern weniger auswärts essen und dafür mehr selbst kochen wollte Um Geld zu sparen und gesünder zu leben Das sind Langzeitziele mit verzögerter Belohnung Um einen kleinen sofortigen Glückskick einzubauen, eröffneten sie ein Konto mit dem Zweck Europareise und überwiesen jedes Mal 50 Dollar, wenn sie auf einen Restaurantbesuch verzichteten Die unmittelbare Befriedigung, die sie daraus zogen, dass ihr Reisebudget um 50 Dollar anwuchs, war ein Top-Motivator, um ihr langfristiges Ziel zu erreichen So, nun haben wir also gelernt, wie sich gute Gewohnheiten etablieren lassen Doch selbst wenn wir bestimmte Verhaltensweisen so befriedigend und einfach wie möglich machen, kann es trotzdem passieren, dass wir es nicht schaffen, sie beizubehalten Darum haben wir im letzten Blink noch ein paar extra Tipps gesammelt, die dir helfen, am Ball zu bleiben Kernaussage 7 Kontrolle ist besser Eine einfache, aber effektive Technik ist das Gewohnheitstracking Dabei dokumentierst du dein Verhalten aktiv Ein berühmtes Beispiel für den Erfolg der Methode ist Benjamin Franklin Der gewöhnte sich bereits im Alter von 20 Jahren an, Buch über sein Benehmen zu führen Darin notierte er, wie beharrlich er sich an seine 13 wichtigsten Werte hielt, wie etwa der Vermeidung übler Nachrede Franklin nahm sich jeden Abend Zeit, seine Erfolge zu dokumentieren Du kannst seinem Beispiel folgen, indem du dir einen einfachen Jahreskalender zulegst und jeden Tag markierst oder streichst, an dem du dich an deine Vorsätze gehalten hast Du könntest dir auch immer einen kleinen Brillensmiley in deinen Planer malen an jedem Tag, an dem du an deinem Buch geschrieben hast Das funktioniert, weil das Tracking selbst eine befriedigende Gewohnheit ist Die Vorfreude und Genugtuung des täglichen Durchstreichens oder Rumzeichnens wird zur Belohnung, die dich motiviert und bei der Stange hält Eine andere wirksame Technik ist das Aufsetzen eines Gewohnheitsvertrags Jeder Verstoß gegen deine Vorsätze wird mit einer konkreten Strafe belegt Im Idealfall suchst du dir dazu einen oder mehrere designierte Rechenschaftspartner, die gemeinsam mit dir überwachen, dass du die Konditionen deines Vertrags einhältst Ryan Harris, ein Unternehmer aus Nashville, nahm seinen Gewohnheitsvertrag äußerst ernst Er unterzeichnete ihn mit zwei Rechenschaftspartnern, seiner Frau und seinem Fitnesstrainer Er verpflichtete sich dazu, sein Gewicht auf 90 Kilo zu reduzieren und legte konkrete Gewohnheiten fest, mit denen er dieses Ziel erreichen würde Das war zum Beispiel die tägliche Dokumentation seiner Nahrungsmenge und mindestens eine wöchentliche Gewichtskontrolle Dann definierte er Strafen für die entsprechenden Verstöße Wenn er seine Ernährung nicht dokumentierte, musste er 100 Dollar an seinen Trainer zahlen Wenn er sich nicht wog, gingen 500 Dollar an seine Frau Und die Strategie ging auf Nicht nur wegen seiner Angst vor Privatschulden, sondern auch wegen seines Ansporns, sich gegenüber zwei nahestehenden Menschen zu beweisen Als soziale Wesen ist uns die Meinung unserer Mitmenschen sehr wichtig Allein zu wissen, dass jemand zuschaut und uns zur Rechenschaft zieht, macht das Ganze so wirkungsvoll Unser Vorschlag Warum setzt du nicht auch so einen Gewohnheitsvertrag auf? Er muss ja nicht gleich so kostspielig sein wie der von Brian Harris Such dir doch auch einen Rechenschaftspartner, vielleicht eine Kollegin oder einen engen Freund Und einigt euch auf einen Vertrag Zum Beispiel, für jeden Tag, an dem du versäumst, dein Schreibziel zu erreichen, musst du dir eine Folge einer richtig miesen Daily Soap angucken Spätestens nach der dritten Folge schreibt sich das Drehbuch oder Roman wie von selbst Das hilft auf jeden Fall, deine Gewohnheit beizubehalten Und mit der Zeit wirst du sehen, wie diese kleine Änderung zu großen Erfolgen führt Fazit Das war ganz schön viel Input Deshalb hier noch einmal ein kleiner Abriss der wichtigsten Punkte Eine winzige Veränderung in deinem Verhalten wirft dein Leben nicht über Nacht um Aber wenn du sie zur täglichen Gewohnheit machst, entfaltet sie auf Dauer große Wirkung Wichtig ist dabei, positive Gewohnheiten zu entwickeln und sie durch einfache Tricks auf Dauer beizubehalten Eine Gewohnheit besteht aus den vier Faktoren Auslöser, Verlangen, Antwort und Belohnung Um eine kleine Gewohnheit zu entwickeln und beizubehalten, muss sie vier Gesetzen entsprechen Sie muss offensichtlich, attraktiv, einfach und befriedigend sein Mach's wie Benjamin Franklin oder Brian Harris und nimm gern Gewohnheitstracking und Rechenschaftspartner zu Hilfe, um durchzuhalten und deinem Ziel jeden Tag ein Prozent näher zu kommen Und noch ein letzter Tipp zum Schluss Baue deine Gewohnheiten aufeinander auf Manchmal lässt sich eine neue Gewohnheit am einfachsten einführen, wenn du sie mit einer bereits bestehenden Gewohnheit verbindest Angenommen du willst anfangen zu meditieren, findest in deinem stressigen Alltag aber keine Zeit dafür Dann denke darüber nach, welche Rituale bereits jetzt mühelos in deinen Tag passen Der entspannte Kaffee am Morgen ist ja schon gesetzt Jetzt kannst du dieses Ritual als Anker für die neue Gewohnheit nutzen und dir vornehmen, täglich nach dem Kaffee ein paar Minuten zu meditieren Kaffee am Morgen ist ja schon gesetzt Kaffee am Morgen ist ja schon gesetzt Kaffee am Morgen ist ja schon gesetzt